Dieses Video enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Bei Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dich, einfach wegzuschauen oder einen Psychiater aufzusuchen. Ja Leute, ich begrüße euch zurück bei The Evil Within. Ich bin übrigens heute mit meinem neuen Astro 830. Es hört sich wirklich ganz anders an, wenn ich jetzt spiele. Also ich kann jetzt auch diese Uhr hier wirklich so wie dreidimensional hören. Das ist echt krass. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was das Ganze mit sich zieht, dass ich diesen Sound jetzt habe. Ich werde jetzt erstmal nach draußen zu Joseph gehen, denn mit denen sind wir immer noch unterwegs. Und wir müssen weiter. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, dass der Typ mit der Kettensäge wiederkommt. Und ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist. Es wäre echt schlecht für uns. Also ich habe da drauf gar keinen Bock. Es ist echt kein Pfann da drauf. Oh. Was macht denn da für Geräusche hier? Na hier, auf da. Da steht er. Gut, da ist er wenigstens noch. Ich überlege gerade, ob ich ihm vielleicht doch nochmal ein bisschen Energie gebe, weil ich nicht weiß, was kommt. Ich mache das jetzt mal einfach. Ich bin da echt vorsichtig. Ja, hier ist ja sonst nichts mehr. Obwohl, hier ist noch was. Okay. Können wir aber jetzt nicht mit uns führen. Hätte ich, glaube ich, noch ausbauen können. Hm. Lassen wir jetzt erstmal sein. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Ich rüste mich mal lieber wie ein SWAT-Team hier aus. Mit der Pistole. Klar, wie ein SWAT-Team. Ja, billige Pistole hier. Egal. Machen wir weiter. Hoffen wir das Schlimmste. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle. Da! Beendet. Um einiges... Ja, zum Glück habe ich den jetzt noch ein bisschen geheilt. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ganz ehrlich, ne? Ich hoffe nicht, dass jetzt hier eine Milliarde Gegner kommen. Das wäre echt schlecht für uns. Mann, jetzt komm! Sebastian! Machen wir jetzt hier. Komm, bleib mal ruhig hier. Ja, komm, John! Da kommen sie! So. Weiche hier mal ein bisschen aus. Okay. Immer die Pistole lieber. Ich zünde die auch zwischendurch an. Ist echt besser, weil sie immer wieder aufstehen sonst. Oh! Kacke! Alter! Was haut die Sau mir da ins Auge? Boah! Leute! Ich muss ihnen Energie geben. Okay. Komm schon! Okay. Schnell anzünden! Okay, die alte brennt nicht. Ah! Ich bin tot. Schlecht gelaufen. Also, ich fand's für den Anfang jetzt nicht so schlecht. Ich hab wirklich einen ganz anderen Sound. Ich muss mich wirklich daran gewöhnen. Das ist echt jetzt gerade krass, wenn ich spiele. Also, es hört sich so an, als ob ich gar nicht von den Kopfhörern aus höre, sondern hier wirklich vom ganzen Raum. Das ist echt heftig. Oh Mann, ich weiß auch nicht, Leute. Vielleicht sollte ich jetzt... Ja, wir sind jetzt hier. Gut, dann baue ich nochmal was aus. Ah, 12.800 haben wir. Das ist mir dann doch lieber. Dann kann ich nämlich den... einen Explosionspfeil, wenn das nochmal geht, ausbauen, da das nicht mehr tragen kann. Das ist, glaube ich, bei Reserve gewesen. Ja. Das machen wir auch. Können wir nämlich die in die Luft fliegen lassen. Das kostet 500. Das machen wir jetzt auch einfach. Scheiß drauf. Streichhölzer können wir auch machen. Ist egal jetzt. Wir sind nicht zu gierig hier. Wir dürfen hier nicht zu gierig sein. So. Das reicht jetzt erstmal. Dann können wir noch ein bisschen mit uns führen. Und voll auf die Kacke hauen. Mal gucken, ob ich hier noch was aufladen kann. Äh, nachladen kann. Aufladen. Oh, das... Das hört sich hier jetzt ganz anders an. Man hört jetzt voll die Maschinengeräusche. Heftig, ey. Oh. Kann ich hier was öffnen? Grünes Gel. Klasse. Da habe ich natürlich keinen Schlüssel. Ich habe ja nur einen Schlüssel beim letzten Mal ja gefunden. Mit der Maus, die Geschichte. Das haben wir schon ausgeleert, glaube ich. Okay. Nun gut, gehen wir wieder raus. Hier kann man auch öffnen, ne? Ja, man kann die überall öffnen. Ist das heftig. Oh, ey. Echt krass. Ordentlich was zu mitnehmen. Ich möchte aber mal nach hinten gehen. Ich bin ein bisschen neugierig. Kann man hier rein? Ja, man kann hier rein, Leute. Ach, das ist ja der Raum, wo die Alte ist. Okay. Wir sind hier fertig. Gut, gehen wir mal weiter. Oder kann man hier noch was nehmen? Ah, eine Zeitung. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten des Beacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Uh. Hört sich nicht sehr schön an. Hoffentlich bewahrheitet sich die ganze Sache nicht. Nicht, dass wir nachher dafür den, ja, Deckel auf den Top kriegen, weil andere Scheiße gebaut haben. Hier ist aber nichts. Nein. Ah, diese Uhr, ey. Hört sich echt krass an jetzt. Ja, gehen wir mal weiter. Ah, ich speichere mal vorher hier. Ich glaube, das speichert nämlich nicht. Ja. Wo die Alte sich das hier noch anders überlegt. Immer noch in den inneren Tiefen übrigens. Ah, das Spiel hat es schon in sich. Also so easy peasy ist das Ganze hier nicht, ne? Am Anfang geht es noch, aber irgendwann kommt man nun mal auch in die Situation, wo es wirklich schwer wird. Und wenn die dann da irgendwo unten sind, dann werde ich meine Qualenambrust ziehen und die voll wegflatschen. Natürlich nur, wenn es geht, ne? Ich werde jetzt hier nicht sorglos um mich schießen. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte ihnen nur noch Energie geben. Okay, das überspringen wir, wenn es geht. Dann muss ich jetzt unten ihnen Energie geben, wenn es geht. So. Wie gut wir schauen, Leute. Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja, ich komme auch runter. Warte, ich komme. Scheiße, Beeilung. Oh, jetzt hätte ich fast meinen Kumpel angeschossen. Wie viele von den Dingern sind das? Da kommen sie! Oh, scheiße. Da kommt eine ganze Horde, Leute. Oh, Schoote. Oh, Kacke, Kacke. Ich habe es erwischt. Ich brauche Hilfe. Okay. So. Machen wir weiter. Okay. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Also, er kann jetzt auch nicht mehr laufen, hier, mein Charakter. Oh, Kacke. Okay. Nehmen wir mal schnell Energie, wenn es möglich ist. Oh. Aber hier. Mit Schmackes anzünden. Achtung. Die haben Dynamit. Ach, du Scheiße. Hau ab, Silbo. Hau ab. Ah. Ich bin in die Luft geflogen, weil ich da voll reingelaufen bin. Ich dachte, die bewerfen mich mit Dynamit. Sehr schlecht gelaufen. Ich fasse es nicht, ey. Was ziehe ich hier nur ab? Ganz ehrlich, ne? Also, ich hätte ja auch mal meine Qualen am Brust einsetzen können. Aber ich hatte ein bisschen Schiss um Joseph. Muss ich ehrlich zugeben. Das wird sehr, sehr spannend, Leute. Hey, ich weiß nicht, wie weit wir da kommen. Okay, die Zeitung haben wir immer noch. Oh, Mann, ey. Es tut mir wirklich leid für euch, dass ihr jetzt da durch müsst. Ja, ich muss ja jetzt auch durch. Ich kann das nicht ändern. Oh. Ich gebe den Joseph aber sofort erstmal Energie. Das geht ja mal gar nicht. Also, der hat ja echt gar nichts zu hören, Energie. So. So. Wie viel habe ich jetzt noch davon? Okay. Ist alles klar. Das habe ich auch noch. Erste-Hilfe-Koffer. Ich muss jetzt wirklich geizig sein, Leute. Ich muss wirklich geizig jetzt sein. Mit meiner Munition. Ich muss echt aufpassen, ne? Also, legen wir los. Zumal ich nicht weiß, ob ich jetzt von hier oben angreifen soll oder doch. lieber zu ihm runterkommen soll. Weil er wird echt angegriffen. Ich bin ja. Okay. Scheiße. Geil. Wenn ich denen die Beine schüsse, dann fliegen die auch auf den Boden. Gut. 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 Okay. Wechsel die Waffe jetzt. So pump dann. Okay. Er hat die nicht angezündet. Oh, eine Sau. Mann, Mann, Mann. Das wird jetzt echt crazy noch, Leute. Okay. Wurde jetzt getroffen. Oh, 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 oh. Okay, schnell hier weg. Komm, zünde das Teil an. Okay, ich hau jetzt mal hier in die Ecke ab. Hat nicht viel bewirkt, glaube ich. Okay. Ich muss wegdampfen. Hau ab, du. Lass mich in Ruhe. Hier woanders, Freunde. Alles absaugen, was geht. Ach, du Scheiße. Da kommt der. Da kommt der Typ hier mit Dynamit. Nimm mal alles mit. Fuck. Kommt da noch was? Wo? Ey, das ist ja voll crazy hier. Komm schon. Ja, ich kann es nicht öffnen. Bitte schnell. Ja, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Sebastian, sie sind über uns. Okay. Okay. Ja, ich helfe dir ja, Mädel. Es ist gar nicht mal so einfach. Weil man sich hier wirklich auf so vieles konzentrieren muss. Und vor allen Dingen, du mit dem Dynamit. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, wie viele hier noch mit Dynamit rumlatschen. Also für mich ist das ein bisschen zu gefährlich. Oh, scheiße. Er hat es geworfen. Oh, du Sackratte. Komm her, du. Was willst du von mir, Alter? Kauf dir Freunde. Er hat mich grad schon hier... Der wollte ich jetzt fertig machen, Alter. Komm her, du. Sack, du. Schieß dir nochmal in die Brücke. Achtung, die haben Dynamit. Ja, ich weiß. Die haben alle Dynamit. Scheiße. Jetzt ist er runtergefallen. Gut. Oh, scheiße. Hast du noch Munition? Oh. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Okay, Leute. Guckt ihr mal euch das seeke Ding mal an. Guckt euch das mal an. Jetzt komm. Kann ich das werfen? Nein, ich kann es nicht werfen. Oh. 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 Teil hier anzünden. So. Achtung, die haben Dynamit. Oh, kacke. Wo, 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 wo? Ah. Scheiße. Bleib weg. Bleib mir von der Krücke. Bleib mir vom Leid. Alter. Ey, beinahe hätte es mich erwischt, Leute. Oh, jetzt ruckelt es ein bisschen. Jetzt habe ich ihnen außerdem Energie gegeben.